Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn Sie regelmässig bei uns posten kommen, ist Ihnen das farbige Label mit dem Aufdruck «Exklusivität GOB» bestimmt schon aufgefallen. Dass Produkte mit diesem Aufdruck nur bei GOB erhältlich sind, leuchtet ein. Wissen Sie aber, was genau dahinter steckt und wie Sie selbst am besten davon profitieren können? Bis ein Produkt nämlich in die Familie der GOB exklusiven Marken aufgenommen wird, muss es eine ganze Reihe von Bedingungen erfüllen. Produziert wird entweder im eigenen Betrieb oder bei Unternehmen, die unseren Vorstellungen der Qualität entsprechen. Natürlich müssen wir auch über die Herkunft der Rohstoffbescheide wissen. Darum trifft man unsere Einkäufer nicht nur im Büro an, sondern auch bei den Lieferanten im In- und Ausland. Was die Umweltverträglichkeit angeht, wird von den GOB exklusiven Marken viel verlangt. Zum Beispiel weniger und bessere Verpackungen. GOB exklusive Marken heisst aber auch naturnahe oder biologische Anbau und artgerechte Tierhaltung. Mit Natura-Beef und dem Produkt aus dem ständig wachsenden Natura-Plansortiment oder mit den biologischen Textilien von Natur allein ist GOB auch auf diesem Gebiet führend. Keine GOB exklusive Marken gäbe es ohne GOB exklusive Marktleistungen. Das GOB Zentrallabor gehört zu den modernsten in der Schweiz und übernimmt mit international anerkannten Untersuchungsmethoden die Verantwortung für die Qualitätssicherung. Auch die Elektrogeräte der GOB exklusiven Marken Satrap werden geprüft, und zwar seit mehr als 30 Jahren. In der neuen Qualitätsprüfstelle stehen heute modernste Anlagen zur Verfügung und vom Mixer bis zum Mikrowellenherd wird alles unter die Lupe genommen. Der Begriff CEM, GOB exklusive Marken, beinhaltet überdurchschnittliche Leistungen zu Preisen, die unter dem Durchschnitt liegen. Nicht entgangen ist das auch der Million Konsumentinnen und Konsumenten, die jeden Tag bei uns posten gehen. Das sind unsere Preisüberwacher. Eine grosse Zahl von GOB exklusive Marken wurden in den letzten Monaten mit diesem Label ausgestattet. So sehen Sie auf einen Blick, welche Produkte Ihnen die grössten Vorteile beim Posten bieten und was Sie niener anders kaufen können als bei GOB. Das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, waren ein paar Stichworte zum Thema CEM, wie die GOB exklusive Marken bei uns intern heissen. Vielleicht kommt Ihnen das eine oder andere in den Sinn, wenn Sie das nächste Mal in einem von unseren Läden posten gehen. Und jetzt wie immer der Hinweis auf unsere Aktionen. Äpfel z.B. von der Sorten Idaret Klasse 1 kosten pro Kilo nur 2,40 €. Alle Jubilor Kaffee im 500g Beutel gemahlen und wack verpackt sind 2 Franken günstiger. Den Jubilor Classico kommen Sie z.B. für nur 4,70 €. Für eine 5,5 kg Box Omo zahlen Sie nur 11,90 €. Drei Büroordner in verschiedenen Farben offerieren wir Ihnen für nur 6 Franken. Und hier noch der Preisabschlag. Eine Dose Midi-Pastettli-Füllung kommen Sie ab sofort über für nur 3,50 €. Im GOB-Restaurant steht auch diese Woche ein Menü unter 10 Franken auf der Karte. Ein Rindshuftsteak mit Foliehertöpfel und Brokkoli gibt es dort für nur 9,90 €. Das war das letzte GOB-Studio dieses Jahres. 52 Mal haben wir Sie informieren über alles, was bei uns neu war, wissenswert oder günstiger. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, Sie sind auch weiterhin dabei. Ich wünsche Ihnen noch ein paar schöne Freitage. Und am nächsten Sonntag einen guten Rutsch ins neue Jahr.